Es fühlte sich an wie das Ende eines wichtigen Kapitels in Laurens Leben, als sie ihren Koffer aus dem vollen Kleiderschrank holte. Ein gutes Ende, das Ende ihres ruhigen, konservativen Lebens und der Anfang ihres lauten und farbigen Lebens. In einer so kurzen Zeit hatte sie die Bedeutung des Lebens kennengelernt oder zumindest wie sich ein glückliches, grenzenloses Leben anfühlte und sie hatte ihre Bildung ganz bestimmt genossen. Ihre Tasche war voll von Polaroid-Erinnerungen, aber ihre wirklichen Erinnerungen waren in ihrer Seele, die Konzepte und die Emotionen, die Fotos nicht zeigen konnten. Was immer die Erinnerungen waren und mit wem immer sie waren, sie waren und würden immer wunderbare Erinnerungen bleiben. Als sie ihre neuen Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank nahm, lächelte sie und arrangierte ihren Pony, weil sie ihren Haarschnitt fast vergessen hatte. Der Pony fühlte sich forsch und frisch an, nicht länger strähnig und verschwitzt. Ihr langer Nacken lag jetzt frei und begann schon braun zu werden, obwohl sie seit dem Haarschnitt noch nicht viel draußen gewesen war. Sie glättete die Falten in diesen verdammten Bettdecken mit ihren schönen Mustern, bevor sie mit dem Packen weitermachte, faltete ihre neuen Kleidungsstücke sorgsam und ordentlich, sodass sie sie nicht würde bügeln müssen, sobald sie sie zu Hause auspackte. Sie legte den Schmuck mit äußerster Vorsicht oben in den Koffer und wickelte jedes einzelne Teil noch in Papiertaschentücher vom Nachttisch. Und dennoch, obwohl es schade war, Italien zu verlassen, weil sie hier so erwachsen geworden war und sich so entwickelt hatte, konnte sie es trotzdem nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Letztendlich war es da, wo sie wohnte und woran sie gewöhnt war, und sie freute sich auch auf diese Vertrautheit und darauf, ihre Eltern wiederzusehen. Aber es war nicht so, als ob sie Italien vergessen würde. Es würde immer Teil ihrer emotionalen Bildung bleiben, und sie war so viel reifer und so viel weiser nach der ganzen Erfahrung. Schließlich setzte sie sich auf das Bett. Sie war mit Packen fertig, und ihr Koffer stand vor ihr auf der Bettdecke. Sie sah sich den Koffer an und lächelte. Nicholas nahm die blauen Flipflops, die er nie getragen hatte, aus dem Badezimmer und legte sie ganz unten in den Koffer. Es war ja nicht so, als ob er Italien auf Wiedersehen sagen würde. In der Tat, er war sich sicher, dass er nächstes Jahr mit Jen zurückkommen würde. Aber er sagte doch auf Wiedersehen zu der erschöpften Person, die er gewesen war. Dieser Mensch war abgereist, zusammen mit all diesen blöden Oberhemden, die entweder zu heiß oder zu kratzig waren. Und dennoch, obwohl er das Hotel und all die Freunde, die er gefunden hatte, vermissen würde, war Nicholas aufgeregt, als veränderter Mann nach England zurückzukehren. Von nun an, so versprach er sich selbst, würde er glücklicher sein, offener und würde mehr lieben. Er suchte seine zwei noch übrigen Oberhemden zusammen, faltete sie sorgsam und fuhr mit seiner Hand über das abgeschlagene, lackierte Holz des Kleiderschranks, fühlte dessen Rillen. Er runzelte die Stirn über die Absurdität seiner Handlungen und entschloss sich, bevor er reiste, den Eisschrank zu leeren. Da waren noch ein paar Stücke Käse drin, eine Scheibe Brot und ein paar Tropfen Milch. Sorgsam bereitete Nicholas sich ein kleines Frühstück und nahm dafür den Rest des Olivenöls. Er trank auch den Rest der Milch. Er aß schnell, wusch das Geschirr, dann mit einem Hauch von Perfektionismus, trocknete es vorsichtig ab und stellte es zu dem anderen Geschirr in den Schrank. Als er damit fertig war, setzte er sich und dachte, dass das Zimmer besser aussah, als wie er angekommen war. Das fühlte sich wie vor langer Zeit an, denn so viel war geschehen. Er konnte nicht aufhören, über das Mädchen im Zimmer 207 nachzudenken. Wie sie sich jetzt fühlte, aber das ging ihm jetzt nichts mehr an. Das Bett schien wieder steril und ungebraucht, wo es gemacht und nicht länger unordentlich war. Das Bettlaken war an den Seiten eingeschlagen und die Matratze fing an, Nicholas' Form zu verlieren. Er ging noch einmal durchs Zimmer, für den Fall, dass er noch etwas zu packen vergessen hatte. Dabei sorgte er dafür, dass er die Reste des Duschgels und des Shampoos mitnahm. Er nahm die Weinflasche aus der Minibar und leerte sie aus, sein letzter Wein in Italien, zumindest in diesem Jahr. Er legte die Flasche ordentlich in den Papierkorb, seufzte und sah auf das Muster auf der Zimmerdecke, an das er sich so gewöhnt hatte. Er fühlte die Versuchung, sich wieder mit der Hand durch das Haar zu fahren, aber es war schon perfekt gekämmt und er hatte sich eine geistige Notiz gemacht, diese schlechte Gewohnheit schnell abzuschaffen. Er realisierte, dass, wenn er zurück in Surrey sein würde, er wahrscheinlich ganz schrecklich nostalgisch über diesen Urlaub werden würde und sonderbarerweise wollte er nicht, dass dies geschah. Er wollte ihn als die Zeit erinnern, in der er sich wirklich gefunden hatte, nicht nur als einen schönen Urlaub. Er hatte so viel von dem einen Land gelernt, am wichtigsten war aber, dass Italien ihn gelehrt hatte zu lieben. Schließlich verließ er das Zimmer, er ging den alten Korridor entlang, die knarrende Treppe hinunter und zog seinen Koffer hinter sich her. Der knallte gegen etwas Hartes und Nikolaus sah herüber und sah einen anderen Koffer, er lächelte und schüttelte ungläubig seinen Kopf. »Also, wenn das kein Klischee ist,« grinste Lorne. Nikolaus nahm den Augenblick wahr und nahm sie in den Arm. Es war nichts mehr zwischen ihnen, außer ihren Geheimnissen und ihrer veremmenden Freundschaft. Lorne lächelte ihn an, berührte sanft seine Backen und fuhr fort, ihren großen Koffer, die Treppe hinunter zu hieven. Sie meldeten sich im Hotel ab und saßen draußen auf der Bank und beobachteten die belebte Straße. Der Herbst war im Anmarsch, man konnte es merken, an den niedrigeren Temperaturen, an der geringeren Sonnenintensität, am langsamen Fallen der Blätter, die sich golden färbten, knackig wurden und bereit waren, sich in großen Haufen anzusammeln, durch die die Fußgänger dann gerne hindurch warteten. Nikolaus nahm sein Handy aus der Tasche und rief Jen an. Ihre Stimme klang glücklicher und wärmer, als sie antwortete. »Hallo, Mrs.«, kicherte er, und er wusste, dass sie lächelte. »So hast du mich ganz lange nicht genannt, obwohl es mein Name ist, meine ich. Hässlicher Name, oder?«, grinste sie. »Hässlich? Wie ist denn der Name Marsch hässlich? Es ist dein Name, Jen,« lachte Nikolaus. »Für dich geht das, Nikolaus Marsch. Du klingst dann wie ein Schriftsteller oder so was, aber Jen Marsch? Das hört sich an, wie ein Mittel, mit dem man verstopfte Wasserrohre entstopft, oder wie immer man das nennt, informierte sie ihn. »Findest du,« fragte er, »und was wirst du dagegen tun? Ich werde von dem Mann, der mir diesen Namen gegeben hat, Schadensersatz einfordern,« antwortete sie. »Schadensersatz? Du wirst mich doch nicht verklagen,«, »oder,« erkundigt er sich grinsend, »nein, ich werde dich lediglich zwingen, mich den ganzen Tag in den Arm zu nehmen, und wir müssen immer meine Lieblingsfilme ansehen, wie Beaches and Nights in Rodanthe, Rom-Coms,«, erklärte sie. »Also werde ich dein Sex- und Kinosklave? Muss ich dir auch Pfannkuchen machen?«, fragte er. »Ja, du solltest dich geschmeichelt fühlen. Ich suche mir nicht irgendeinen alten Typen aus, um mein Sex- und Kinosklave zu sein. »Es ist alles deine Strafe für diesen Namen,«, sagt er, »aber wie geht es dir? Hast du mich vermisst, und was ist mit den Nachbarn?«, fragte er. »Wow, du bist aber neugierig, lass mich mal sehen. Mir geht es gut, ich habe dich vermisst, und die Nachbarn sind noch immer Snobs, idiotische Snobs, wenn man es genau nimmt, also noch schlimmer. »Du hast nicht viel verpasst,«, antwortete sie. »Was ist mit ihrer Katze, der Fuchsroten mit dem blöden Namen, meine ich?«, fragte er. »Ihre Katze, die Catnip heißt,«, antwortete sie, »also die ist gestern gestorben.« »Aber du hast doch gesagt, es sei nichts passiert. Ich mochte diese Katze. Sie war das einzige Gute daran, neben diesen Snobs zu wohnen. Entschuldige diesen idiotischen Snobs,«, sagte er, und runzelte ein wenig die Stirn. »Catnip mochte dich nicht. Catnip war zu fett, und das verdammte Ding hat mich immer gekratzt, genauso idiotisch wie ihre aufgeblasenen Besitzer. Es überrascht mich, dass sie in ihrem Zustand so lange gelebt hat,«, erklärte sie. »Bist du nicht einfach optimistisch?«, lächelte Nicholas. »Wie dem auch sei, ich kann es gar nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen.« »Nach Hause? Nach dem sonnigen, heißen Italien kannst du nicht erwarten, nach Hause, nach Surrey zu kommen,«, wunderte sie sich. »Ich weiß, das klingt seltsam, aber es ist wahr. Letztendlich ist es mein Zuhause,«, seufzte er. »Ich weiß, was du meinst.« »Oh, ich sollte dich warnen, es wird regnen, wenn du zurückkommst. Zumindest sagt das der Wetterbericht. Also man kann nie wissen,«, informierte sie ihn. »Ach so, ich habe keinen Regenschirm dabei. Holst du mich ab mit dem Ford? Vom Bahnhof?«, fragte er nach. »Ja, und ich werde daran denken, einen Schirm mitzubringen,«, sagte sie. Nicholas lächelte. »Nächstes Jahr, Jen, nächstes Jahr kommst du mit mir. Du kommst mit mir hierher, und zusammen werden wir die Schönheit Italiens sehen,«, sagte sie. »Nur, das sehen wir mal,«, antwortete sie. »Ich akzeptiere kein Nein, Mrs. Marsh. Es wird unsere zweite Hochzeitsreise, eine bessere,«, sagte er. Sie lächelte, und dann hörte er ein zischendes Geräusch. »Oje,«, rief sie, »die Pastasauce brennt an, ich muss gehen, Nicholas, ich liebe dich.« »Ich liebe dich auch,«, sagte er, und seine Frau legte auf. Lauren ging zum letzten Mal die Promenade entlang, ihre Hände in den kleinen Taschen über den Shorts. Sie nahm ihr Handy aus dem Koffer und setzte sich auf eine der Bänke, während sie darauf wartete, dass ihre Mutter antwortete. Schließlich meldete sie sich. »Hallo?« Sie klang frei, nicht so heiser wie beim letzten Mal. Lauren konnte das Fernsehen im Hintergrund hören. »Hallo, Mama, Lauren,«, hier, sagte sie, und war froh, die Stimme ihrer Mutter wieder zu hören. »Ich weiß, wer du bist, du Idiot, ich würde dich überall erkennen. Wir haben dich vermisst, und wir haben eine Überraschung für dich, wenn du nach Hause kommst, Lauren. Du wirst dich sehr freuen,«, grinst ihre Mutter. »Aber, Mama, du weißt doch, dass ich keine Überraschungen mag,«, seufzte Lauren, die jetzt etwas nervös wurde. »Du wirst diese mögen, glaube mir. Ich weiß, ich bin nie gut gewesen mit Überraschungen, aber diese ist wirklich toll. Sie ist anders, Lauren, wie du,« erklärte sie. Lauren runzelte die Stirn. »Kannst du mir nicht jetzt sagen, was es ist, damit ich es weiß? Und dann kann ich ganz überrascht tun,«, fragte sie. »In Ordnung, aber sag niemandem, dass ich es dir schon gesagt habe,«, flüsterte sie. »Deine Großeltern und andere Familienmitglieder kommen, um dich zu Hause wieder willkommen zu heißen. Und wir haben ein Buch für dich, von uns allen. Es ist über Psychologie, Lauren.« »Wie habt ihr denn gewusst, dass ich Psychologie mag?«, rief sie. »Das ist etwas, was man Antenne nennt oder so was, wie dem auch sei. Ich bin eine Mutter. Ich weiß, was bei dir so los ist. Ich glaube, das nennt man Intuition,«, informierte sie Lauren. »Ganz herzlichen Dank. Ich meine es wirklich ernst, Mama, danke. Ich bin so eine blöde Göre gewesen,«, antwortete sie. »Du warst nie eine blöde Göre, Lauren. Du kannst ein wenig ärgerlich sein, aber du bist keine Göre,«, sagte ihre Mutter. »Und es tut mir leid, dass ich dich angerufen habe, als ich betrunken war,«, entschuldigte Lauren sich. »Das ist in Ordnung. Wir dürfen alle rebellisch sein, wenn wir es wollen,«, lächelte sie. »Du hast dir keine Sorgen über mich gemacht. Du hattest keine Angst,«, fragte Lauren. »Natürlich nicht. Du warst dort, um die italienische Kultur zu erforschen. Und wenn du dann von schönem, teurem, italienischem Wein in Versuchung gebracht wurdest, dann mache ich dir das nicht zum Vorwurf,«, antwortete ihre Mutter. »Danke für dein Verständnis,«, sagte Lauren und sah auf das weite Meer vor ihr. »Wo bist du denn gerade? Beschreib es mir doch mal,«, sagte ihre Mutter. »Und was ist jetzt mit deiner Intuition,«, kicherte Lauren. »Ich weiß nicht,«, sagte sie, »die geht wohl nicht so sehr ins Detail.« Lauren lächelte und fuhr mit ihrer kleinen Hand über das raue Holz der Bank. Sie sah auf. »Also gut,«, sagte sie. »Ich sitze auf einer Bank in der Nähe vom Strand. Da sind viele Leute, und sie sehen alle glücklich und dankbar aus für alles. Das Meer ist so blau und ruhig.«